Willkommen zum Wimmon Turnier und damit willkommen zum Spiel um Platz 31. Ja, das letzte Spiel oder besser gesagt um den Platz, den letzten Platz. Ja, heute geht es um den letzten Platz. Damit willkommen aus dem Union Park. Beide Teams, es lief gar nichts. Im Turnier lief nichts. Im Spielverlauf lief nichts und jetzt spielt man um den letzten Platz. In der letzten Saison gab es die Partie hier zwischen Zenit St. Petersburg und dem FC Nantes. Und ja, mal schauen, wer hier neuer letzter wird. Der Verlierer wird nämlich letzter und beide Teams verabschieden sich nun als erstes aus diesem Turnier. Ab jetzt ja die Platzierungste der Platzierungsspiele. Alle Halbfinals sind gespielt. Jetzt geht es ins Finale der jeweiligen Partien. Beide Teams als letztes Jahr verloren. Lokomotivo Moskau, ja, hat das Spiel, es wurde das Spiel gedreht vom FC Genua. Lange Zeit haben sie geführt und am Abschluss ist es daneben gegangen. Bei Bilbao war es am Ende das Elfmeterschießen, was die Entscheidung gebracht hatte. Von daher schauen wir mal, wie das denn heute laufen wird. Aufstellung von beiden Teams, keine großen Überraschungen. Und wir gucken, wer von beiden die Schmach abwenden kann. Einer von beiden wird letzter. Die Frage ist nur, jetzt wer. Beide letzte Saison nicht dabei gewesen. Nun, bloß nicht letzter werden. Schiedsrichter kommt heute aus Portugal. Und dann schauen wir mal. Wer hier heute die Nase vorn hat. Aus dem Union Park. Lokomotivo Moskau in den grünen Trikots. Grün-rot gegen Athletic Bilbao in den blau-weißen Trikots. Und das ist Williams. Ja, abgefangen. Und weg das Ding. Ja, das Turnier neigt sich dem Ende zu. Wir haben viele interessante Spiele gesehen. Wir haben viele interessante Tore gesehen. Entscheidungen. Überraschungen. Weil viele haben hier erwartet, dass sie wohl was hier heute spielen. Und am Abschluss, ja, am Abschluss spielen die jetzt eventuell um den dritten Platz. Ignatev. Oh, da ist er wieder. Eder. Wieder zurück. Anspielstation. Immer wieder Anspielstation. Kein Abseits, oder doch? Nein, der Schiedsrichter sagt, kein Abseits. Aber die Chance hat er auch nicht nutzen können daraus. Rico. Und Arturis. Williams. Schöner Pass, der Fette. Und die Möglichkeit. Riesenchance hier. Für Athletik Bilbao. Zur Führung. Ecke Bilbao. Ecke kommt. Und Ecke geklärt. Trotzdem Nachschusschance. Und Geheim. Aus kürzester Distanz. Gute Helme. Und es gibt Eckball. Ecke kommt. Ecke. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Der Kopfball war ganz gut. Ja. Aber es reicht ihm nicht. Ganz gut reicht nicht. Also bislang hier Athletik Bilbao näher dem Führungstreffer als Lokomotive Moskau. Und Fernandes kriegt den Ball sogar. Fernandes. Ja. Zweikampf. Zweikampf aber verloren. Ja. Sieht den da schön. Arturis. Arturis startet durch. Spielt den wieder lieber zurück. War auch die richtige Entscheidung. Und dann trifft er die Latte. Riesenmöglichkeit. 2-1-0. Vorhin Bilbao. Und dann trifft er nur das Aluminium. Nächste Möglichkeit. Arturis. Schöner Pass auf Garcia. Eben auch mit der Latte-Treffer-Chance. Und jetzt leider in die Hände des Torwarts aus Sicht. Der Spieler von Bilbao. Faul, Freistoß. Will ja nichts sagen. Aber bislang von den beiden Teams haben wir auf Standardsituationen nicht wirklich positive Sachen gelebt. Mal schauen, ob sich das jetzt ändert. Raul Garcia. Und. Ja. Leichter hättest du den Torwart kaum machen können. Uns wird jetzt nochmal die Schüsse aus Sicht gezeigt. Ja, das ist auch genau unser Gefühl. Bilbao, das deutlich aktivere Team. Aber noch nicht mit dem Erfolg. Und es gibt nochmal die gelbe Karte. Für Raul Garcia. Aber dem kann das egal sein. In diesem Turnier sehr wenig Karten geverteilt. Also von daher. Alles im guten Bereich. Dazu ist es eh das letzte Spiel. Also wenn du hier noch einen Platzverweis kassierst. Ja gut. Dann ist es einfach so. Es wird er eh nicht fürs nächste Turnier oder für die nächste Qualifikation mitberechnet. Aber es kann ja immer noch sein, dass diese Spieler dann auch noch wechseln. Garcia. Ah, gefährlicher Pass auf Williams. Ah, schade. Den wollte er weiterleiten. Dass die Innenverteidigung da kurz gestoppt hat. War die richtige Option. Denny Soff. Sie kommen einfach nicht durch das Mittelfeld durch. Sie kommen da einfach nicht durch. Adouris. Adouris. Immer noch Adouris. Der setzt sich hier gegen alle durch. Aber nicht gegen den Torwart. Der hier für mich momentan man of the matches. Der hält hier alles, was irgendwie zu halten ist. Okay. Die Situation waren bislang auch nicht allzu schwer. Bis auf die ein oder andere Szene. Trotzdem bislang hält er den Kasten sauber. Auf der anderen Seite der Keeper hat fast nichts zu tun. Nächste Möglichkeit. Nächste Möglichkeit. Und es gibt... Abstoß. Und es gibt Abstoß. Überraschung, Überraschung. Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Dass er den jetzt mit Abstoß berechnet. Weil eigentlich hatte ich gedacht, dass er jetzt hier... Den noch berührt hat. Aber der Schiedsrichter sagt Abstoß. Das hier. Rodrigo. Williams. Ah, Doris. Ja, spielt ihn wieder zurück. Das macht er heute ziemlich oft. Ja, sehr... Hm. Vier Minuten nach Spielzeit wird angezeigt. Aus meiner Sicht ein bisschen viel. Und Williams. Williams. Und wieder Glanzparade vom Torwart. Also der ist hier wirklich super drauf. Und es gibt Eckball. Ecke kommt. Und Ecke fast drinne. Da trifft er das Alu. Und der springt wieder raus. Pech für Bilbao. Viele Möglichkeiten hatten sie. Zwei Alu-Treffer. Ist lang. Hat es einfach nicht sollen sein. Lokomotive in Moskau wird die ganze Zeit hinten eingeschnürt. Bilbao führt noch nicht. Die Frage lautet eigentlich nur noch, wann sie anfangen, die Führung zu erzielen. Die 2.45 Minuten gehen los. Weil sich die ersten 45 Minuten nicht angeschaut hat. Ja, gut. Ähm. Bilbao mit sehr vielen Möglichkeiten. Bislang kam aber irgendwie immer der Torwart wieder ran. Lokomotive im Oskar. Ja gut. Die waren eher Zuschauer. Die Mannschaft. Also bis auf den Torwart hat die Mannschaft nicht wirklich viel hingekriegt heute. Das muss sich wahrscheinlich dringendst in der zweiten Halbzeit ändern. Weil sonst wird es der letzte Platz. Und damit wir kommen zum Spiel um Platz 31. Der Sieger wird wenigstens vorletzter. Man muss das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vorletzter zu sein ist eigentlich auch keine Belohnung. Aber wie schon in der ersten Halbzeit am Anfang sind sie wieder hier aktiv dabei. Und kugeln sich hinten nicht ein. Terrasov. Und Eda. Eda. Wechsel. Natürlich jetzt die ersten Puvu für Ari kommt rein. Für Eda. Wie gesagt, heute nicht wirklich auf dem Feld gewesen. Rico raus. Bennat rein. Und es gibt der Ball. Es gibt die erste große Chance für Lokomotive Moskau. Ecke Fernandes. Kopfball. Ja. Dann darf sich der Torwart endlich mal beweisen. Hüpp, er ist auch auf dem Feld. 57. Minute. Williams. Raus damit. Einwurf. Bilbao. Garcia. Und Benat. Flanke kam nicht an. Konter Chance. Lokomotive. Und das ist ein herbes Foul. Und der Schiedsrichter gibt keine Karte dafür. Das ist eigentlich völlig unvertretbar. Er hätte mindestens die gelbe Karte kriegen müssen. Aber er gibt nicht mal gelb. Kassier. Und Arturis. Schöner Pass. Nächste Chance. Hier Bilbao. Die machen ja. Und die haben ja viele Chancen. Wir haben bloß nur nicht das Tor erzielt. Das ist eben das Problem. Und das ist eben beim Fußball auch wichtig. Dass du Tore erzielst. Und jetzt gehen sie natürlich in die Knochen. Klar. Die sind ein wenig frustriert über ihre eigene Leistung. Lokomotive Moskau. Die igeln sich wieder hinten ein. Williams. Und die Chance. Garcia. In der Treffsicherheit. Und genau deswegen ist man wahrscheinlich auch heute hier. Wahrscheinlich genau deswegen. Fernandes. 20 Minuten noch reguläre Spielzeit. Und aktuell deutet sich vieles darauf hin, dass das hier in die Verlängerung geht. Und jetzt geht es nicht. Garcia. Die Idee. Gute Idee. San José. Garcia. Williams kriegt den Ball nicht weggeklärt. Sauber gemacht. Kommt da Chance. Kommt da ran. Nein, kommt da nicht. Fernandes. Ja. Das ist Frust. Das ist Frust. Mehr ist es nicht. Und der Schiedsrichter gibt auch dafür nicht die Karte. Also ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wofür? Willst du dann bitte gelb geben? Oder sogar noch. Oder sogar rot. Was wird wo? Für welche Fouls willst du Karten geben? Wenn du für sowas keine gibst. Chance. Also der Schiedsrichter macht hier heute eine richtig schlechte Leistung. Aus meiner Sicht. Klar, wir hatten bislang ein sehr faires Turnier gehabt. Aber da hatten wir hier schon zwei, drei Fouls. Wo auch locker eine Karte hätte gezückt werden dürfen. Und im Abschluss gibt er nix. Ecke Fernandes. Ecke kommt. Kopfball auch. Torwart steht da. Perfekt. Null Nummer weiterhin. Williams. Unter Doris. Ah, gefährlich. Williams. Rüber gespielt. Ja. Und dann der perfekte Mandekka da. Der den Ball abwehren kann. Und somit die Situation entschärft. San Jose. So. Und dafür allen Ernstes gibt er gelb. Also völlig unvertretbar. Aus meiner Sicht. Wenn er für die anderen Aktionen nicht gelb gibt. Und hier schon. Dann stimmt irgendwas nicht. Gelb für Ari. Na, vielleicht hat er das auch gehört. Hier von der Kommentator. Also vielleicht auch international. Von den anderen Kommentatoren. Dass das hier absolut in die falsche Richtung geht. Aber sowas von absolut. Denizov. Und Tarasov. Ari. Gefährlicher Pass. Und das ist die Chance. Zwei Minuten vor Schluss. Vor den 90 Minuten. Also Lankomotiv von Moskau in der zweiten Halbzeit. Das deutlich aktiverere Team gegenüber der ersten Halbzeit. Da haben sie ja fast gar nichts gemacht. Da haben sie sich wirklich hinten eingeigelt. Die wollen das Ding jetzt hier genauso wie letztes Mal Sampdoria Genua entscheiden. Also kurz vor Ende. Flanke kommt. Kopfball geklärt. Und Fernandes. Und Fernandes. Oder nicht. Oder nicht. Ja, Foul. Freistoß. Ja. Klar. Ja. Lässt sich hier ein bisschen mehr Zeit. Foul-Statistik. Muss man auch mal sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben sieben Fouls gehabt. Und wir kriegen Verlängerung. Und wir kriegen Verlängerung. So sieht's aus. 0-0. Anscheinend hat dieses Spiel bislang keine Tore verdient. Wobei ich wirklich sagen muss. Da hatte Bilbao in der ersten Halbzeit zweimal Alu-Pech. Willkommen zur Verlängerung. Der Partie zwischen Lokomotive Moskau und Athletik Bilbao. Dem Spiel um Platz 31. Es gab nochmal einen Wechsel. Fernandes verlässt den Platz. Ja. Hat heute wieder nicht geklappt. Badouris. Abgewehrt. Tarasov. Und Lissov. Jetzt versuchen sie's mit langen Bällen. Karasov. Und Ari kommt nicht ran. Kontermöglichkeit. Direkt verpufft. Weil der Dubis da nicht wirklich rangeht. Und das ist eben dann auch manchmal das Problem. Karasov. Karasov. Aber wahrscheinlich genau deswegen sind diese beiden Teams auch in den... Spielen heute um den letzten Platz. Karasov. Karasov. Weg damit. Nadouris. Karasov. Und Castilla. Und Castilla. Aber so darfst du sicherlich deine Chancen nicht verarbeiten. Absolut nicht. Karasov. 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 Baum. Und da ist er nämlich der neuer gewechselte. Wollen jetzt hier anscheinend ein bisschen defensiver arbeiten, was ich nicht so ganz verstehe. Wahrscheinlich könnte es daran liegen, dass eben kurz vor Ende der Partie kurz vor Ende der ersten Halbzeit hier die Möglichkeit. Und da ist es doch endlich. Da ist es doch endlich das 1 zu 0. Und da trifft er endlich. Erduriz trifft endlich. Nur welche Chancen haben sie sich heute ganz schön oft rausgespielt. Und jetzt endlich hat es geklappt. Den Keeper getunnelt. Unglücklich gelaufen. Aber endlich hat es geklappt. Arturiz trifft die Nummer 20 von Athletic Bilbao. Und damit Treffer Nummer 2 für ihn. Und jetzt wurden endlich Lokomotive Moskau bestraft für ihre Nachlässigkeit in der Verlängerung. Die hatten hier Großchancen. Das wollte ich nämlich eben gerade sagen. In der letzten Halbzeit hatten sie Großchancen gehabt hier das Spiel auf ihre Seite kippen zu lassen. Und die haben es noch nicht genutzt. Und jetzt ist Bilbao wieder dran. Castilla. Und Terrasov. So. 5 Minuten bleiben noch. Lokomotive Moskau um hier irgendwie das Tor zu erzählen. Was ich ehrlich gesagt nicht vermute. So viel Unsicherheit wie Lokomotive Moskau auch heute wieder ausgestrahlt hat. Glaube ich nicht wirklich dran mehr. Ari. Ari. Guter Pass. Und dann trifft er den Pfosten. Und dann trifft er die Latte. Das gibt es doch nicht. Das kannst du niemandem erzählen. Das ist doch nicht zu glauben. Wieder eine riesen Möglichkeit. Und aus kürzester Distanz trifft er die Latte. Anstatt den ganz tief zu passen. Und dann wäre das Ding der Ausgleich gewesen. Und wir hätten jetzt ein Elfmeterschießen gehabt. Ist nicht der Fall. Lokomotive Moskau wird letzter in einem Turnier. Und Athletic Bilbao knapp an der Schande vorbeigeschlittert. Also die Leistung von Lokomotive Moskau eine blamable Leistung. Der einzige Mann der ordentlich heute mitgespielt hat war der Keeper. Athletic Bilbao gewinnt nach Verlängerung mit 1 zu 0. Wir sehen uns zum nächsten Spiel wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann. Und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020